Hallo, auf der Strasse laufen, geht's euch noch gut? Hallo, hallo, du fett, fett, fett Ich hab Verspittung, jetzt komm Nächstes Tag, wohin, wohin, wohin Parkstelle, Ringlinie, Tour 1 Nächstes Tag, Postzentrale 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 Entschuldigung, ich weiß, ich kann gut singen, aber Das muss jetzt sein Tor 1 oder Tor 2 Was ist das denn jetzt? Halt uns doch mal an, lass uns doch nicht raus, geht aber gar nicht Nächstes passiert Ich bin nur ein bisschen gegen Bordstein Entschuldigung, aber Muss halt so sein Sollen alle aussteigen, oder? Fast alle aus, da manfred Ja, meine Güte, da wird einem ja schlecht, dann sind wir mal Gibt's ja nicht, können wir Tschüss So Weiter Hallo Auf der Straße laufen, geht's euch noch gut? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, fährt hier wieder an den Syraschein Niemand, jemanden, 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 hab ich ihn im Lotto, mein Freund Nächste halt, Continental So Wo sind wir? Ich will immer auf den Laufenden sein Na, sind wir heute wieder, Michael Schumacher, ja? Ich hab doch kurz auf den Fahrplan geguckt, Mann, halt die Fresse dahinten Sonst gibst du aufs Maul Hallo 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 Hallo, hallo Ich hätte gern einen normalen Fahrzeug Nimm Nimm alles Die laufen, darum wissen die nicht, wo sie sitzen sollen Kein Platz frei, oder? So Das kennen wir ja hier schon Boah, fällige Scheiße Was denn? Was war denn jetzt hier schon wieder? Ach komm, leck mich doch, ey Ich fahr hier nur um die Kurve und dann sofort Boah, fällige Scheiße, lassen wir mich raus So fahren, fällige Scheiße Ich bin ein Meckereuler hier Können wir nicht vorsichtiger fahren? Mit 30 kann man um die Kurve und dann so meckern So wie sie fahren Ja, so wie sie fahren Weiter, weiter, weiter labern Nicht züchtern sein hier Nächster Halt, Flughafen, Verwaltung Eine Fahrschule ist ja nichts dagegen Was? Ich hab so keinen Bock mehr Das Gemecker auf jeden Fall Mann So, geradeaus Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus Ich aber gar nicht Das ist fahren hier Sag euch jetzt mal, wie ich hier normalerweise fahre Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus Halt Sie sich mal an, wir werden kurz übel Das ist ja widerlich Wo haben Sie denn Ihren Fahrerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann Ich sag nur, tschüss Manfred Was ist das für eine Haltestelle? Hä, irgendwas ist hier faul Ich fahr hier ganz einen Kreis herum, oder? Da bin ich blöd Naja So Er hat wohl Dringlinie rechts Hey Was geht ab? Es sind schon noch welche, wo ist der Paar? So, wohin? Er hat wohl Dringlinie rechts Kann sie die Tür auf Aussteigen Das ist ja Körperverletzung Komm Mitarbeiter Parkhaus Ist der nächste Halt Nächster Halt Mitarbeiter, ja Alter, sechs Minuten verspät Und jetzt kann ich mir nicht hier erlauben Und jetzt kann ich mich zählen Ich bin hier Wenn ich niemand zählen will Es bin ich Nee, ist Und jetzt war ich Denn, ich bin eng Nein, ich bin Er Der 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 � Ich bin soll da wollen noch welche aussteigen hier wunderbar ja es ist genau 12 uhr 30 halt die fresse mal freundlich sein und dann meckern ich kenne euch doch schabracken hier freundlich sein und dann meckern ach komm ach ich fahre jetzt einfach ich sage einfach nichts mehr dazu ich fahre jetzt einfach wie ich will doch einfach deine verfickte fresse und lass mich in ruhe das ist anständig ja sorry leute oder sorry lieber freunde wenn ich so bist du mir keinen bock mehr habe weil ich bin spät von der arbeit gekommen bin richtig müde und am liebsten würde jetzt einfach nur schlafen ich habe keine kraft mehr das mache ich gerade ernst da muss hier noch aufnehmen aber nun ja so ist das vor dringlinie geradeaus da war ich doch schon warum sie muss jetzt wieder besucherpark das ist wieder typisch um sie hier stimmt irgendwas warte mal ich mal pause weißt ich muss hier besucherpark und hier wieder wo ist die logik naja dann fahren wir jetzt hier dann fahren wir jetzt hier so langsam bremsen hier ja wenn ihr mich nicht rein lässt dann muss man halt durch zwängen die alten steigen aus neu steigen ein perfekt hallo 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 nee vollgas was halt der wunsch was halt der wunsch ihr meckert doch immer wieder immer das gleiche immer die gleichen sätze ich kann es langsam nicht mehr so nichts halt geht equipment center enthalte stelle ich glaube ich habe die fehler gemacht hat sie immer vor zwei gefahren vor 1 gefahren bin und ich danach vor 2 oh geil habt ihr den sprung gesehen das kann nicht jeder das kann nicht jeder so jetzt kommt bus hier stau ich fahr einfach durch so muss das sein anders geht es nicht was hier war hä ich stimmt irgendwas nicht ich bin wieder falsch ach was ist das so eine scheiße hier oder 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 nein ich bin sogar nein ich bin nicht falsch ich bin glaube ich nicht mehr falsch ich dachte glaube ich dass ich nur falsch bin aber ich bin nicht falsch oder ich bin eigens die очку ist mir auch jetzt egal So, Endhaltestelle Nein, ich stecke nicht rein Endhaltestelle So, dann gucken wir uns noch unsere Fahrrad an Next 6, 9,6 Leck mich am Arsch Hoffentlich hat euch die Folge hier von Omsi-Zeit gefallen Wenn ja, lasst auch ein Like da Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Bei der nächsten Tour Ich steige hier mal kurz die Erfurt-Dringlinie durch Dann würde ich sagen, liebe Freunde Tschüss, bis zum nächsten Mal